Heute sprechen wir über besten Bluetooth Mäuse Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich Links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir besten Bluetooth Mäuse Test. Lass uns anfangen! Liste zu starten Nummer 5 In dieser Situation finden wir nicht nur eine günstige Maus, sondern eine qualitativ hochwertige, die ihren Preis definitiv mehr als wert ist, die beeindruckende Yetich M0884 Bluetooth Maus. Der schlanke, beidhändige Grundriss hat außergewöhnliche Komfort-Designs und ist zudem extrem leicht, daher nicht nur für Büro oder zu Hause geeignet, sondern auch ideal zum Mitnehmen. Die Maus wird über Bluetooth 3.0 an jedem Computer, Mac oder Android aus Tablet sowie sogar Smartf angeschlossen. Mit einer Reichweite von ca. 10 Metern ist diese Maus sehr flexibel einsetzbar. Die Kopplung erfolgt in Sekunden. Nummer 4 Aktuell beziehen wir die vierte Einstellung in die Bluetooth-Maus-Prüfung ein, wo wir einen weiteren Artikel ausfindig machen, der besonders durch sein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne die außergewöhnliche WIC-10K32-TV1-Computer-Maus vor. Anzumerken ist, dass es sich hierbei nicht um eine Bluetooth-Computer-Maus, sondern lediglich um eine kabellose Maus handelt, die diese Einstellung in der Bluetooth-Maus-Prüfung lediglich aufgrund der Plug-and-Play-Funktion sowie des eigentlich günstigen Preises verdient hat. Kosmetisch sprechen wir von einer perfekt konstruierten Computermaus mit Lichteffekten, die sich zusätzlich durch ihre kompakte Bauform und auch geringes Gewicht auszeichnet. Einfach mitzunehmen, optimal nicht nur für zu Hause, sondern auch für den Arbeitsplatz und unterwegs das geht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3. Was an dieser Maus am meisten auffällt, ist der schlichte, aber außergewöhnlich elegante Stil dieser Computermaus. Die Liegenschaft ist zart geschwungen und zudem sehr portable. Die Computermaus-Tasten und auch das Scrollrad bilden ein visuelles Gerät mit der Liegenschaft. Dank ihrer geringen Abmissungen sowie des reduzierten Gewichts ist die Microsoft-Designer-Bluetooth-Maus überall, auch unterwegs, einsetzbar. Ein entscheidendes Merkmal dieser Computermaus ist, dass sie nicht nur für Rechtssender geeignet ist. Dank ihres ebenen Layouts ist sie auch perfekt für Linkssender geeignet. Microsoft Developer-Bluetooth-Maus Dank der Blühtrack-Innovation kann die Microsoft-Designer-Bluetooth-Maus problemlos auf fast allen Oberflächen eingesetzt werden, ohne dass ein Part benötigt wird. Nummer 2 Im zweiten Bereich im Bluetooth-Maus-Test stoßen wir auf ein weiteres Top-Item in der Gruppe, nämlich ein weiteres exzellentes der sich in der Marke Logitech, insbesondere die Logitech MX Anneplase 2 Bluetooth-Maus. Diese Computermaus hat ein wirklich kompaktes Layout, perfekt für den Einsatz zu Hause, im Büro oder unterwegs. Die ergonomische Form schmiegt sich perfekt an die Hand an und ermöglicht sehr lange Arbeitszeiten ohne jeglichen Druck auf das Handgelenk. Dank der Dublin-Link-Alternative können Sie die Logitech MX Anneplase 2 bequem per Bluetooth mit bis zu drei Tools koppeln, egal ob Windows oder Mac, und mit einem einzigen Tastendruck zwischen ihnen wechseln. Wenn Ihr Gerät kein Bluetooth unterstützt, sorgt der kleine Kompilation Pico-Empfänger für eine einfache Verbindung. Und die Nummer 1 unserer Liste. Der Markenname von Logitech die luxuriöse Logitech MX Master Bluetooth-Maus. Das erste, was unten definitiv auffällt, ist das spezielle Layout. Diese ist ergonomisch geformt und passt sich komplett der Handform an. Diese Computermaus ist zudem perfekt für große Hände geeignet. Die Hand und das Handgelenk befinden sich weiterhin in einer bequemen und natürlichen Position, und auch die Knöpfe und auch Räder sind sehr einfach und nützlich, um die Liquid Control zu greifen. Optimiert für Windows und Mac bietet der MX Master zwei Verbindungsoptionen zur Auswahl. Sie können das Gerät entweder mit dem mitgelieferten Logitech-Kompilationempfänger an einen USB-Anschluss des Computersystems anschließen oder einfach über Bluetooth. Dank der modernen Ersys-Video-Technologie können Sie bis zu drei Geräte mit der Maus koppeln und mit einem einzigen Tastendruck auch dazwischen schalten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.